Guten Morgen YouTube, herzlich willkommen zum vierten Tag der Gamescom. Heute bin ich zu Gast bei einem Stream bei Monsters and Explosions und bei GameStar. Und da werde ich heute auf jeden Fall hingehen. Wir gehen jetzt gleich auf die Messe. Ich mache noch ein kleines Zuschauertreffen und wir werden mal gucken, was der Tag noch so bringt. Wenn ihr meine Vlogs feiert, lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da und wir gehen jetzt los zur Messe. Let's go! Leute, wir sind jetzt hier bei YouTube Gaming und wir haben uns schmackhaftes Essen geholt. Es gibt, glaube ich, Salat und Burger. Mal gucken, wie es so wird, mal gucken, wie es so schmeckt. Ich habe noch nichts gegessen heute. Vor der Tür waren gerade schon wieder voll viele Zuschauer. Liebe Grüße gehen raus an euch. Und es wird auf jeden Fall immer mehr. Es wird immer mehr. Jeder Tag wird voller. Das ist schon crazy. Aber wir sehen uns später nochmal und ich bewerte gleich mal den Burger, wie der Burger so wird. Bis dann! Okay, Freunde, wir waren gerade bei YouTube Gaming essen. Burger war jetzt nicht so mega. Aber ich bin auf jeden Fall satt geworden. Ich glaube, morgen oder vielleicht später noch essen wir bei Red Bull mal was. Und ich mache jetzt so ein kleines Fantreffen hinter alle 8. Ich hoffe, es eskaliert nicht so hart. Weil schon der eine oder andere hat auf mich bei YouTube gewartet. Das ist schon crazy, Alter. Dieses Jahr sind schon echt sehr, sehr viele von euch da. Dankeschön und tut mir leid, falls ich mit irgendjemand kein Foto machen konnte. Ja, auf jeden Fall mache ich jetzt ein kleines Treffen und dann geht es zum Streamen und mal schauen, wie viele Leute da sind. Bis gleich! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Abonniert meinen Kanal, aber abonniert unbedingt fix deinen Gaming-Vlog-Kanal. Ja, abonniert meinen Vlog-Kanal, sonst gibt es Ärger. Verstanden? Danke. Hallo Freunde. Wir sind gerade hier bei GameStar. Und zwar gibt es hier Gamescomtogether. Ich habe ein kleines bisschen ein Gespräch jetzt. Zusammen mit Zacht. Ich freue mich sehr. Ich habe ein bisschen über Fortnite. Ja, ja. Und Amar ist... Moin. Amar ist auch am Start. Wir reden einfach ein bisschen über Fortnite, über Competitive Fortnite und so und wie wir immer sterben und so. Ich freue mich. Ja. Ihr habt coole Bilder von außen, glaube ich. Und viel Spaß. Let's go. Ich freue mich. Jochen Sasito. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich. so freunde wir sind fertig für heute mit der gamescom bin ja noch mit tim am start und wir gehen jetzt noch burrito essen burrito factory oder keine ahnung wie das heißt die bay area burrito company hier in köln irgendwie kann man sich seinen eigenen burrito komplett zusammenstellen gehen wir immer mindestens einmal hin wenn wir auf der gamescom sind also ist sehr gutes essen kann ich dir empfehlen ok leute ich bin schon gespannt mal schauen ob sein wort was hält und ich werde euch natürlich berichten leute falls ihr noch kein daumen nach oben da gelassen hat das gerne ein daumen nach oben da und ich habe hier von einem zuschauer ein fällen geschenkt bekommen eine cola dose und das steht drauf natürlich creator code fix was denn sonst leute benutzt mal den supporter creator code fix weißt du was wir jetzt noch machen wir leihen jetzt ein e-scooter aus und du fährst zum ersten mal in dein leben ist aber wenn ihr sehen wollt schaut auf dem sein kanal vorbei erste link in der beschreibung bis dann und tschüss wir sind fertig mit essen war sehr gut tim sein wort hält auch wollte gerade sagen habe ich zu viel versprochen aber es hat dir sehr gut geschmeckt er war sehr gut hier dann ist so schaut der laden aus falls ihr in köln seid könnt ihr gerne vorbeikommen ich sage auf jeden fall jetzt schon mal dankeschön fürs zuschauen geht es noch mit meiner freundin auf so eine kleine party keine ahnung was da abgeht ich weiß nicht mal ob wir reinkommen schaut auf jeden fall auch bei tim vorbei und vielleicht gibt es am ende so noch was mit dem handy gefilmt vielleicht aber auch nicht folgt mir auf instagram wenn ihr solche sachen sehen wollt jofix heißt ich dort danke fürs zuschauen bis dahin